Jetzt haben wir eine kleine Dribbling-Übung für euch vorbereitet. Dabei laufen wir gleich dribbelnd über den Platz und macht wie immer ein durch die Beine Dribbling. Das heißt ihr lauft, macht ein Dribbling durch die Beine, das nächste Dribbling macht ihr Dribbling insgesamt macht ihr Zehen durch die Beine Dribbling los geht's. Ihr könnt auch gerne mehr als Zehen machen, ich hab jetzt hier gemacht und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.